Hallo, hier ist euer Silberfuchs. Heute möchte ich ein wenig reden über das Thema Silbermünzen, Wert der Münzen in der Krise. Wie ihr sehen könnt, links habt ihr einen Känguru. Das ist eine typische Bullienmünze oder Anlagemünze. Die wird millionenfach geprägt. Die ist von der australischen Perfmint und wird in normalen Zeiten knapp über dem Silberpreis verkauft. Dort seht ihr eine sogenannte semi-numismatische Münze. Das ist auch von der Perfmint. Die Lunar-Serie, das Jahr des Harnes ist das, 2017. Die Münze, die wird ein Jahr lang geprägt und dann kommt in der Reihe ein neues Motiv. Die wird auch nur in einer begrenzten Stückzahl geprägt. Das heißt 300.000 Mal. Und danach ist einfach fertig mit der Auflage. Mehr Münzen gibt es dann nicht. Deshalb sind die dann auch immer ein bisschen teurer als normale Bullienmünzen. Obwohl die Auflage doch recht hoch ist. Die wird dann auch direkt gekapselt in der Prägeranstalt und so auch verschickt, damit die länger das schöne Finish behält. Und die beiden hier, das sind jetzt reine Sammlerobjekte aus der Germania Mint. Die werden nur 25.000 Mal geprägt jeweils und haben sehr hohe Sammleraufschläge. Also wenn man jetzt die beiden Münzen links sieht, die konnte man vor kurzem noch für 17 bis etwa 18 Euro bekommen. Und für die beiden Rechten hat man zum Teil 30 Euro oder mehr. Mittlerweile, wenn man die jetzt noch kaufen will, dann muss man schon eher mit 40 Euro rechnen. Es ist jetzt so, dadurch, dass ein extremer Engpass ist beim Silber, weil die Minen zum Teil noch zu haben, die Raffinerien, die Prägeranstalten, ist alles noch reduziert oder geschlossen. Und auch die Lieferketten zum Händler, die funktionieren nicht wie normal in unseren Corona-Zeiten jetzt. Und dadurch, dass die Leute wegen der sich ergebenden Wirtschafts- und Finanzkrise in Edelmetallen eindecken wollen, gleichzeitig haben wir einen extremen Überschuss in der Nachfrage und einen extremen Mangel im Angebot. Und durch das kommt es jetzt, dass sogar so ein einfaches Känguru zum Teil mit 22 Euro gehandelt wird. Wenn man da auf den berühmten Online-Aktionator geht, da sind noch ganz andere Preise aufgerufen. Wir wissen bisher nicht, wie das weitergehen wird. Allen, die denken, in ein paar Monaten ist alles wieder genau wie früher, die werde ich wohl enttäuschen müssen. Also ich kann auch nicht hell sehen, aber jeder, der behauptet, das wird keine langfristigen Konsequenzen haben, die derzeitige Lage, der kapiert entweder nichts oder er lügt. Das ist meine Meinung. Worauf ich hinaus will jetzt, wenn sich die Krise verschärft, wenn es eine Inflation geben sollte oder wenn es eine Währungskrise geben sollte. Also wenn der Euro jetzt auf der Wand aufschlägt, gegen die er zurast oder natürlich auch andere Währungen, Dollar, Yen und so weiter, kann man nicht wissen, was zuerst passiert. Aber da wir ja so schön globalisiert sind, wird das immer direkte Auswirkungen auf alle Märkte und auf alle Finanzen und Währungen haben. Also wenn jetzt wirklich was Übles passiert, auch wenn Mangel ist an Waren oder an Dienstleistungen, dann kann es natürlich sein, dass die Edelmetalle noch ganz anders am Stellenwert gewinnen. Und die Leute, die jetzt fleißig auf der rechten Hälfte dieser vier Münzen eingekauft haben, die werden dann kurz- und mittelfristig dumm aus der Wäsche schauen. Die Wertzuwächse, die Sammleraufschläge, die haben in Krisenzeiten keine Bedeutung. Da kommt es auf den Materialwert an. Da werdet ihr einen von tausend Abnehmern finden, der euch vielleicht einen Sammleraufschlag noch zahlt. Aber ansonsten sagen die Leute, das ist eine Unze Silber, was willst du mit Sammleraufschlag? Und wer jetzt wirklich ausschließlich auf Sammlermünzen gesetzt hat oder auch jetzt noch setzen will, dem würde ich eher raten, schaut mal auf die linke Seite und besorgt euch eher was mit kleinerem Aufpreis, wenn man jetzt überhaupt noch was kaufen will zu diesen Preisen. Also der Silber- und Goldkurs, der erholt sich allmählich wieder, aber die Preise für die Münzen, die sind immer noch relativ hoch, die lassen kaum nach. Ich weiß auch nicht, ob und wann sich das wieder ändern wird oder ob wir diese Preise jetzt für immer haben werden. Kann euch auch niemand sagen. Und wie gesagt, also wer jetzt Sammlermünzen hat, entweder weg in die Schublade für ferne Zukunft oder wer sich jetzt was besorgen will, auf keinen Fall irgendwelche Sammlerstücke. Das ist meine Meinung, wie man jetzt reagieren sollte. Wer jetzt schon Silber hat, das er zu früheren Zeiten günstig eingekauft hat, der ist natürlich fein raus. Und wer das Gefühl hat, wahrscheinlich berechtigt, dass es noch ein bisschen anziehen kann mit der Großwetterlage und sich jetzt noch was besorgen will, wenn schon dann was zu möglichst kleinen Aufpreisen. Das war's für den Moment von mir, euer Silberfuchs.